Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute das beste Gameplay, was ich jemals bis jetzt in COD, und damit meine ich wirklich jedes COD, was ich bis jetzt gezockt habe, erspielt habe. Es ist im Livestream entstanden, das ist gleichzeitig auch mein allererstes 100+. 108 Kills zu 13 Tode, denke ich eine ganz geile Quote. Da es im Livestream entstanden ist und ich dämlicherweise vergessen habe, in dem Livestream-Programm kann man nebenbei auch den ganzen Stream noch aufzeichnen. Das habe ich leider völlig vergessen, deswegen musste ich das Video aus YouTube nochmal downloaden. Sollte deswegen die Videoqualität ein bisschen schlechter sein, möge mir das verziehen sein. Wie gesagt, das Gameplay wollte ich euch überhaupt nicht vorenthalten, das ist wirklich der absolute Kracher. Zieht es euch bitte bis zum Schluss rein, ich würde mich über sehr viele Daumen freuen, ein Abo, wenn es euch natürlich gefallen hat, auch. Wünsche euch viel Spaß beim Video, haut rein, ciao. Also ich hatte ja mal ganz ehrlich jetzt gedacht, dass es da einmal ist. Der schießt die ganze Zeit nur durch diese Dreckswände, Alter, kannst du es nicht anders? Das ist doch nicht zu fassen, wie sie gleich oder da waren, wie die Goobies. Das ist doch nicht zu fassen,uter Punkt und durch die Drohne bereit. Die Luftwaffe ist in der Luftwaffe. Wie ich das jetzt überlebt habe, ich habe keine Ahnung Ich weiß ja auch nicht wohin damit, Alter, ich habe von allem zu viel Was ist das jetzt so hoch, Alter, ganz schön Wir verlieren einfach Ich hätte einfach so weitermachen sollen Was ist das jetzt so hoch, Alter, ganz schön Alter, 52 zu 1 steht es hier? 52, 2, 53 Keine Ahnung, wie ich das hier gerade mache, aber es passiert Ich hätte ja durchaus eine Nuklear machen können Auf der Map Wir verlieren einfach Scheiße Warum muss der mich jetzt holen? Hättest du nicht mal jemand anderes holen können? Ich lasse das doch nicht zu, dass die... Der Sieg ist klar Was ist das, dann gehen wir nach Hause Wir verlieren einfach... Wir verlieren einfach... Positionen gesichert, breite Stellung, die Kontrolle übernommen So, wir machen jetzt einfach so weiter Wie man aufgehört hat, verdammt Aber ich habe das nächste Scharfschutznest und... wszystkie meine Mein Auto ist voll! Jetzt habe ich also die ganze zeit dieses dämliche Geräuschung, boah. Du bist so dumm, kann das sein? Der Luftraum ist voll, keine Ausgabe nicht ausüben. Komm weg! Jetzt bin ich nämlich dran, danke. Alter, das ist einfach nur unfassbar. Die ganze Zeit. Ey, das muss jetzt aber nicht sein für mich. Weg! Das müssen sie mal echt noch patchen, dass man das Geräusch die ganze Zeit hat. 108 zu 13. Was für eine absolut mega geile Runde.